So, schwerpunktmäßig dieses Jahr auf dem Messestand von Gretsch natürlich die US-Serien, das heißt Brooklyn Broadcaster and USA Custom, die Top-Line von Gretsch. Ich sitze hier gerade am Broadcaster-Set mit Standard-Hardware. Wir haben die gleiche Konfiguration auch mit Vintage-Hardware, das heißt ein Rail-Mount. Wie er in den 50er Jahren benutzt wurde, andere Bassdrum-Füße, Diamant-Brackets am Tom. Also wirklich das Replika von einem 50er Jahre Gretsch-Set, wie es auf den Stones-Platten und den ganzen alten legendären Scheiben gespielt wurde. Es ist wirklich ein sehr schönes Set. Wir haben dreilagige Kessel, wieder die klassische Gretsch-Formula mit Ahorn-Pappel, Ahorn. Wir haben Double-Flanged Hoops. Ja, wir haben mit dem Set auf der Messe dieses Jahr den MIPA, den Presse-Award, Preis für die besten Akustik-Drums gewonnen. Und ich finde zu Recht, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Set. Es kommt sehr gut an bei den Leuten. Ja, vielleicht schaut euch einfach auch nochmal die beiden Sets an, die verschiedenen Versionen, Standard-Hardware und Vintage-Hardware. Okay, wir sehen uns mal wieder.